Musik 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 Im Gegensatz zu westlichen Darstellungen Waren sich damals Ukrainer, Russland darin heilig Dass die geplante Atom-Erweiterung der Grund des Krieges war Sie konzentrierten daher ihre Friedensverhandlungen auf Die Neutralität der Ukrainer Und deshalb fällt sich noch einen Atom in die Schacht Im Gegensatz würde die Ukrainer ihre Territorien alle Integrität Mit Ausnahme der Kriege halten haben Es bestehen kaum noch Zweifel darüber Dass diese Friedensverhandlungen am Widerstand der NATO Und insbesondere den der USA und der UK scheiterten Ein derartiger Friedensschluss wäre Einer Niederlage der NATO Einem Ende der NATO-Osterweiterung Und damit einem Ende von Traum Einer von den USA dominierten Weltgleich gekommen Die Blockierung der Damanigen Friedensverhandlungen hat allen geschadet Russland und Europa Aber vor allem den Menschen in der Ukraine Aber vor allem den Menschen in der Ukraine Ver neigen Sie den ihres Buuretste paree Mit der er direkt